! Aufnahme läuft! Ge 3 ähhh, hallo Ah, hallo Hala hallo Fühlst du mir noch ins基本 Man sieht aber nicht so schlecht raus Ehey, euch hinten sind noch schöne Sitzbäcke Enej, weil als unbe impegatestäter den manchen Ni A zügig Das ist natürlich, oder? Also, hey, also... Missionen! Wie lange ist es her? Es ist lange her, ja. Und es wird auch wieder lange gehen, bis das nächste GTA-Video kommt. Ey, weisst du, was ist für die Zeit momentan? Ey, wir haben Sonntag 15.32 Uhr und Sonntag 18.00 Uhr soll das Video rauskommen. Also, wir müssen jetzt ein bisschen vorhören. Ey, also, lass gehen. Flucht-Outfits, no-sing stuff. Flucht-Outfits gibt es zwei Versionen. Einerseits Nus-Ausrüstung, das sind so Panzer. Du weisst doch, ob es eine SWAT-Einheit ist, oder was? Das sind krassen Menschen. Das ist irgendeine SWAT-Einheit, oder? Joa, joa. Und wir haben noch Feuerwehr-Ausrüstung. Äh, komm, wir sind SWAT-Einheit. Das Gute an der SWAT-Einheit ist, dort wären wir schon Panzer und wollen wir rauffliegen. Aber dann haben wir das. Ah, let's go. Also, geht los. Ja, lebe, Pferd. Hoffen wir, dass wir jetzt auch schöne Autos haben. Hahaha. Also, ich habe noch ein schönes Auto. Willst du fahren? Ja, wer fährst du? Ey, das ist mein neues Auto. Wunderbar, sagt das es. Wunderbar. Ja, äh... Polizei-Station. Und... Welli. So, äh... Oh! Es ist zu... Ah! Zufällige Wissen, ich glaube auch gerade Halloween. Da hingeht, ja. Jetzt die coole. Das Auto ist aber noch nicht fertig fressiert, wie ich gerade merke. Warum? Vor allem, sie hat vorne auch so eine rote Zunge dran. Was ist das für ein Auto, Mann? Das ist ein Pegasio Bianchini 300 oder so. Ja, aber es driftet ja des Tores, Mann. Ich weiss. Benni hat das Beste gemacht. Wobei, ich weiss noch, was es noch nie aufgemotzt hat. Dann hat man auch schon damit driftet, bis zum Tore. Ja, genau das meine ich. Das ist doch geil. Also, es kommt nächste Woche für das Video. Nächste Woche? Ähm... Es ist ein Vlog. Also, Jossi ist so ein halber Vlog. Ein Podi-Vlogi. Ja. Wo wir dann noch etwas zu erzählen. Exakt. Ein richtig guter Podi-Vlogi. Mhm. Können wir schon sagen, worum es geht? Oder wird das eine Überraschung? Ey, das wird zu überraschend. Äh, andere Frage. Wollen wir kein Panzer nehmen dürfen? Juh, der Frasch. Wolltest du den Panzer nehmen? Oh, so einen Panzer. Ja, ja. Das glaubst du auch, ja. So ein Video-Fahrzeug meinst du? Joa. Ich glaube, das ist recht. Ey, ich habe nichts gemacht. Sag mal. Jetzt habe ich etwas drückt. Jetzt hast du etwas drückt. So. Oh, sorry. Äh, wo ist er denn da? Der MTV. So. Sarek, geh mal eine Gerkundung da drin. Lauf mal rein. Ah, yo. Du hast einen Kürbis, Sarek. Sarek. Moin zusammen. Du hast einen Kürbis. Ey, was für einen Kürbis? Du hast einen Kürbis. Ja, komm. Bitte, Explosion. Schau da. Oi, was ist es? Ja, ich bin stoned, ey. Nein, jetzt gehen wir stoned da rein. Au. 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 Die Kürbis sind eben auch ein Event von Halloween von GTA. Ja, du kannst dich aufsammeln. Entweder ist es etwas Suesses oder etwas Süsses. Digga, meinst du, ich mache etwas, wenn ich stoned dort im PC-Station bin? Mach es lieber nicht. Hallo. Ich mache es alleine. Ich bin stoned. Du... Ja, du Gescheidling, Alter. Warum, Alter? Du bist es gesehen. Du bist es gesehen. Aua. Was weint ihr alle von mir, Alter? Better go stoned in der Police Station. Sag ich mal. Bro, Alter. Wieso bist du überhaupt da rein gelaufen, Mann? Ey, Sarek, du schaffst, dass ich dich von aussen beschütze. Ja, das nützt mir jetzt so grandios viel, Alter. Ey, geil. Das nützt mir so grandios viel. Bro, nein, wie erler. Da, da. Da macht der Deckel zu. Aber es nützt mir nichts, dass du mich von aussen beschütztest. Da kommt keine Sau rein, weisst du? Ach, da. Das nützt mir, ja. Ja, komm. Das wird nützt. Ich habe mir nicht noch mal neue Stoffen. Nein, komm. Bist du gestoned da rein gelaufen und hat es jetzt wegen dem das gegeben? Du bist dann irgendwie so eine scheisse Tür rein gelaufen, Alter. Ja, ich muss das Teil suchen. Ja, aber du kannst nicht einfach random Tür rein lachen, Mensch. Ey, da lag es dir so extrem an. Ich kann nicht mehr flüssig laufen. Bro, Alter, ich werde da abgeschossen, bevor ich überhaupt schiessen kann, weil es dir so fest lag bei mir. Kannst du bitte aufhören mit dem ganzen Umgeballern hier? Aber es legt ein wenig fest sonst. Ja, ja... Tja... Ähm... Kannst du auch mit rein kommen? Weil du nützt mir draussen gerade gar nichts. Okay, ich muss aber mein Fahrzeug besser parkieren und hoffentlich wird's nicht beschleifen. Aber eh, der Scheiss wird beschleifen, Alter. Seht ihr, kannst du kurz mit ähm... physikalischen Waffen mir helfen. Nein, ich habe gerade auch andere Probleme. Ich werde nur umbracht. Ich auch. Aua! Du hast es selber umbracht. Ja, ich fack dich. Aua! Ich kann nicht mehr machen. Ich kann nicht mehr in die Nähe kommen, weil mich alle umbringen. Also. Das bringt gerade nichts, was wir hier machen. Alter. Wo bist du? Ja, komm. Danke. Ja, 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 ja. Du, ich bin... Du, ich bin... Du weisst was? Du, ich bin... Ich renne jetzt einfach ins Zeug rein, dann schiesse ich eine ab und bis dann bin ich tot. Ja, ja. Moin zusammen. Was versuchst du überhaupt da hochzukommen? 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 Was versuchst du das überhaupt? Bro. Es wird nichts. Du weisst es. Ja. Ich steige du weisst es hier ein und schiesse ich rein. Bro, weisst du, ich komme ja nicht mal bis dort, weil mich alle umbringen. Was? Ich komme ja nicht mal bis dort, du Gescheidling. Weil mich da alle umbringen. Achso, ich sitze auf dem Kamerasitz, wegen dem fahre ich nicht. Achso. Oh. Oh. So. Ist extra ein Schuss, Mann. So. Ich komme nicht mal bis dort hinten, Mann. Was weisst du von mir? Nein. Jamie. Wir können das vergessen. Können wir es einfach abbrechen? Noch mal machen. Ich bin drin, Helder. Ich renne jetzt so schnell, wie es durchgeht. Oh. Oh. Ich kann daschen. Ich kann daschen. Wo ist die andere? Ich muss sie legen. Kannst du die andere markieren? Keine Ahnung. Ich habe einfach eine Tasche gefunden. Ach du Scheisse. Jamie. Ich bin da. Da ist sie. Da ist sie, wo ich bin. Ja, ich habe sie. Oh mein Gott. Okay. Der Krenda. Oh mein Gott. Los, 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 los. Mal, alles kaputt. Oh mein Gott. Ja, wir haben es. Wir haben es. Alter. Es hat halt einfach funktioniert. Scheisse, Mann. Das ist doch. Ab in die Kanalisation. Ja. Oh, globales Signal. Oh nein. Wir überfahren den Dörfern. Da fährt noch einer. Ja. Wenn wir schon da sind, können wir ja gerade ein wenig randalieren, oder? Ja, ja. Wenn wir das so machen. So. Holy moly. Ey. Wir rücken immer näher an den finale Abschluss zu streamen. Ah, ja. Jede Mission ist schnell. Also weisst, ich frisse Basen, wenn dort irgendjemand zuschaut. Weil hier schaut. Ich bin ja schon geheim. Bei denen. Ey. Also, die bittest du mir kommentieren. Hallo. Also, wir haben zwei, drei Personen, die hier sind. Sieben. Ich glaube, so durchschnittlich sieben. Nur wir fänden die Videos hier. Weisst. Ich glaube, das ist der Grund, wieso wir kommentieren. Wissen, wer die Personen sind, die uns hier schauen, weisst. Also bitte, wer sind die? Gebt uns Infos. Oder schreibt uns auf WhatsApp, wenn wir euch kennen. Schreibt Personalausweis im Kommentar. Was? Schreibt mir auf WhatsApp, wenn ihr uns kennt. Und wenn nicht, schreibt in den Kommentar, weil das ist noch cooler. Ah, ja. Ihr wisst, Algorithmus ein bisschen anregen. Das kann auch noch gut kommen. Wenn ihr weisst, dass wir mal diese zwei, drei Aufrufe mehr haben, dann müssen wir natürlich Algorithmus ein bisschen anregen. Ja, aber nachher schön ein Thumbmail machen. Das ist auch ganz geil. Ja. Ja, das ist dann deine Aufgabe. Ah, ja. Deine Aufgabe ist das mega harte Schneiden von diesem Video. Ah, ja. Und das Lorenzen, das ich so viel Stress habe. Was hättest du jetzt eigentlich gemacht gehabt? Was? Ja, jetzt gerade, wenn du jetzt nicht gerade da gewesen wärst. Meine Mutter hatte erst gerade Geburtstag. Schreibt mir alles Gutes für Geburtstag in die Kommentare. Ja, unbedingt. Für alle Rhythmus und für meine Mutter. Ich habe... Ich kann keinen Burnouts machen mit dem... Ah, doch. So, Adelie. 10'000 Dollar. Let's go. Ah, du wirst 10'000 bekommen. Oh. Ja. Ui. Was passiert, wenn ich jetzt mit zwei rumschiesse? Dann kommen die Sterne ganz schnell wieder. Ja. Ja, es ist Nacht. Meinst du wegen dem? Ja, genau. Ah. Nix. Nur wegen dem. Wieso fahre ich nie durch Arnen rauf? Es geht ja easy, um da rauf zu fahren. Es ist schön flach extra, dafür macht es cool. Ich ziehe einfach die fetten Wheelies mit dem Teil. Gehl at Okay! Geh du, geh. Geh du, geih zu gehen, geimag! Geh, geih. Geh, geih, geih. Da müssen wir sich ander- Spiele holen! Ah, jo! Ich will mich auch gar nicht bewegen. Bist du auch müde? Wie viele Stunden hast du dir nachgeschlafen? Mehr als du. Wie viele? Von... 4 Uhr bis... ...12 Uhr. Ah, ja, stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Die ganze Zeit! Wahrscheinlich nur 7 Stunden. Nein, nein, nein. Ich muss nochmal nachrechnen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Stunden. Hä, nein! What the fuck? Ich habe nicht 13 Stunden. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, du hast 8 Stunden geschlafen. Ja, sag ich doch. Ich habe 6,5 Stunden Schlaf gehabt. Ja, das ist... Das ist in letzter Zeit normal bei mir. Und ich checke es nicht warum, Mann. Ja, Mann, Arbeit, let's go! Nach später, nach früher noch. Ja... Mann... Ey, SSRG, wir haben es geschafft. Ey, wir haben es geschafft, ja. Unfassbar. Leute... Lasst uns einen Like an den Kommentaren. Ja, genau. Und unbedingt ein bisschen Kommentar schreiben für den Algorithmus. Für den Algorithmus. Und dann... Jamie... Dann hat ich gesagt, ist das gewesen, ja. Olha auf. Ja... Auf Wiedersehen. In 3, 2, 3, 2... Ciao, bye. Bye, bye. CCα чув du Ole Untertitelung. BR 2018